Welcher? Sag mal, ich habe gehört, im September bekommt jeder Angestellte 300 Euro im Monat, aber nicht die Selbstständigen. Was ist denn da nur los? Ja, klingt erstmal unfair, oder? Alle Angestellten kriegen erstmal 300 Euro auf das Gehalt drauf und Selbstständige haben ja kein Gehalt. Aber die müssen sich keine Sorgen machen. Du als Selbstständiger kannst auch davon profitieren. Denn du musst am 10. September ja eine Einkommenssteuervorauszahlung leisten ans Finanzamt und davon kannst du einfach 300 Euro abziehen. Das heißt, du überweist einfach 300 Euro weniger Einkommenssteuervorauszahlung ans Finanzamt und profitierst so von der Energiepreispauschale. Ach cool, da habe ich als Selbstständiger doch was davon. Vielen Dank, Melchior.